und herzlich willkommen zu einer weiteren folge der ist in die exe projekte so jetzt versuche ich mal eine halbe stunde folgen zu machen weil wir müssen langsam im spawner effekt kriegen und er ist mir ziemlich ungeheuer muss ich sagen weil das ist ja creepy mit dem hier was hier abgeht seht allein was da richtig abgeht da müssen wir alles noch zu machen wir müssten eigentlich mal reingehen und das wirklich zu machen die amadellos die geben ab hier aber ich brauche glas glas und sand und mein ding ist sowieso voll hier alles so ist man hier alles rein das kann hier rein smooth sandstone normal alles klar die eier können auch erst hier rein irgendwelche unnötiger müll das kommt doch hier rein so war da gar nicht sand drinne ne nur smooth stone sandstone sandstone sand dann sollte man noch eine runde glas auf jeden fall brennen block ist denn hier noch alles drinne glas ist immer gut einen stone brauchen wir eigentlich erst gerade nicht aber den normalen stone hier den bräuchten wir so wie soll ich da reinkommen ey wie soll ich da einmal heil reinkommen bzw wie soll ich das schaffen das ist ja eigentlich fast so möglich aber das kriegen wir schon irgendwie wie gesagt halbe stunde mal eben noch knüppeln dass es ein bisschen vorangeht hier an den stellen dann müssen wir wieder ein bisschen sammeln dass wir halt paar diamanten wieder zusammenkriegen oder halt eigentlich die smelty fertig kriegen dass wir dann wohl vielleicht wenn ich das jetzt schaffe vielleicht dann in der nächsten folge passieren so musik läuft auch einwandfrei ist klasse meine güte viel redstone egal mitnehmen kann man immer gebrauchen so jetzt müssen wir das wie gesagt nach und nach jetzt hier fertig kriegen aber nur wie ich probiere mal gerade was so hier ist doch die mauer ist da ist klar ich habe sie gefunden da bekomme ich hier noch nicht mal ey das gibt's doch nicht da kommt man nicht mal ernsthaft da dran weil irgendwie die ganzen spinnen hier am töten sind geht einfach mal drauf hier das loch das ist unmöglich hier zu besetzen hier das ist einfach nur zu geil hier meine güte also das habe ich schon mal eine reihe weiter ich würde gerade sagen eine reihe weiter drüber kriege ich auch wieder nicht hin oh nächster geil gehen wir in den nächsten auch noch hin geht einfach mal weg nice das war gar nicht gut schnell zumachen nächste zu aufpassen dass wir nicht gleich irgendwo da oben landen er sollte nicht da ist es erst meine spinne geh mal weg ist natürlich jetzt aufwändig hier das fertig zu machen an diesen stellen so wann kommt jetzt sand ich tue mal hier eine fackel gleich hin hier setzt sich jetzt einmal vor sich aber eine fackel da kommt aber noch nichts hier ist sowieso empty oder da ist schon mal sand gut dass wir das gemacht haben wo wie kommt die denn hier raus wo sie alter alter wie viel leben soll unser leben achten junge geht aber gut ab das ding alter was ballert das denn hier noch rum ich glaube da komme ich nur einer scale rüstung gegen an beziehungsweise könnte ich sowieso wenn jetzt nix hier reinkommt machen wir mir zu mal sowieso anziehen bis ich da wirklich unten reinkomme sonst schaffe ich das doch gar nicht mehr so falsches pack das war klar ich brauche doch das hier zack 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 klar boots aus das anziehen hier die rüstie tue ich mal rein die boots lasse ich mal voll ist aber drinnen kann ich natürlich nicht so hoch springen aber ich habe meinen sich ihren tod sozusagen geweckt damit so was ist jetzt die komische blazing weiß ich nicht hier machen wir das hin so jetzt kommt doch hier noch sand drauf zwei drei dann machen wir das so und sagen einfach hier komm mach zu und dann ist es gut tut 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 das hat ja jetzt hier noch ach das ist noch sand glücksspiel zack jetzt müsste ich doch cobblestone zumindest etwas haben ja können wir das hier schon mal ein bisschen zu machen wieder gluck 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 spinne bleibt mal da ich muss da rein ich muss da unbedingt rein das geht ja gar nicht anders sandstone sandstone ich muss hier irgendwie rein ums verrecken eigentlich aber das will ich ja nicht ums verrecken hier rein boah das ist nur noch hier schlachten bis zum entbrechen na komm schon die scale rüstung hält das auf jeden fall gut aus na komm schon der ist schon mal zu der gang alter geht einfach mal weg overkill hier macht zu ich weiß gar nicht was overkill ist ich glaube ein paar herzen mehr abziehen als gewohnte an tacken das geld die hält das noch aus nur wie lange weiß ich nicht meinen hunger kriege ich nämlich mittlerweile auch aber ich muss das hier irgendwann fertig kriegen weil da bockst du mich doch nicht hier weg man jungs er geht mir nicht gerade auf ein zwerchfell so ich hätte auch damals das offen lassen sollen auch alter meine güte nervt ihr so das ist schon mal so ich glaube ich wills hoffen dass ich damit junge spinne komm schon komm schon das muss doch reichen so das hier definitiv nix bohrend muss ich die dinge an eine wende setzen weil hier den boden reiße ich hier auch noch aus so amadello stirb zumachen raus hier und zwei lohnrouten spastika lohnrouten hier geht drauf so mit der scale rüstung geht das auf jeden fall gut ab und wir müssen was essen das ist ich habe gar nichts zu essen drin ne leider so wieder die cloud boots an was gab es denn da ein giant ein eisen giant sword und wie viele lohnrouten wieder unglaublich bam 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 das kann alles hier rein flower seeds wer braucht denn sowas das kann hier noch rein erze so ein kram unsere axt den kelch vorsichtshalber wird das scale mal eben ausziehen und hier in die monster truhe mit rein so essen brauchen wir essen 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 und das ding tun wir auch mal weg das brauche ich gerade nicht puh war das knapp meine güte äh ich wollte noch was warte mal viel gunpowder aber noch sechse okay das lohnt sich nicht jetzt wollte ich denn gerade ach so die rüstung wieder anziehen und dass wir auf jeden fall ein bisschen schutz haben das fällt das brauche auch nur im moment so jetzt können wir unten weiter im raum fertig machen wo ist meine spitzhacke so jetzt spawnt das nur noch an den punkten hier die außerhalb sind und den rest kann ich erstmal schön mit glas ausformen das war klar dass noch irgendwie einer drin spawnt es war eigentlich noch vorher zu sehen dass immer noch einer drin spawnt weil die ein bisschen bescheuert sind die dinger ich tausche das mal gerade eben zack dumme äh warum ist da ein loch du musst da frei da ist mal zu da ist auch offen da ist jetzt nicht da sind keine achso das waren die ecken genau gar nicht drauf geachtet huh ja wenn da einer drin ist ist das erstmal relativ egal der wird mir nicht so auf den Keks gehen ja brenn wir sagen wir weiter so der heilt sich und so erstmal schön alles mit glas hier fertig machen du bleibst schön da oben das ist super nice 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 da haben wir nämlich gleich in die glasebene reingezogen warte mal wie breit ist das denn zwei da zwei da runter ja ok das passt alter du hast jetzt du hast aber gut geschossen muss ich sagen respekt für den schuss aber du gehst dennoch drauf so aber ich glaube ich mach dennoch 15 minuten dann kann ich das immer noch besser einteilen beziehungsweise mit dem hochladen das ist glaube ich noch ein bisschen vorteilhafter so hier machen wir sandstone dann machen wir glas hin glas glas richtig ja hier sollen die ja nur runter auf diesen zwei ebenen ja hier kommt das sandstone sandstone, 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 sandstone und ich hab keinen sandstone mehr gleiche gilt ja dann hat er mal muss die wand oder die wand weg ne die ist richtig die kann eigentlich auch zudern oja und da ist noch Kohle direkt mitnehmen so das kann eigentlich zu dann so lalalala ist eigentlich einer ne ich dachte doch das wäre keiner unten gewesen ist doch richtig so das ist doch besser für mich so wie weit gehen wir jetzt nach unten warte mal die beiden na das spawnen einfach zu viele die sollen hier runter dann will ich irgendwas mit Pisten machen glaube ich genau und so sicher bin ich mir noch nicht aber irgendwas mit Pisten habe ich glaube ich vorgehabt äh hab ich denn welche? guck mal ich geh mal auf ne Nummer sicher mach das Ding erstmal hier zu 7 Pistons 7 sticky Pistons eigentlich zum erdrücken werden die ganz gut für die Spinnen dann müsste man so nen timer einbauen dass die 10 Sekunden laufen und dann beziehungsweise 10 mal tickern und dann gehen die Spinnen fast kaputt dann bräuchte ich die noch mit 1 hit machen oder so wäre ja vom Vorteil dass ich die dann so ansammeln lasse da bräuchte ich aber nur glaube ich 4 erstmal da muss ich aber erst ausbauen das ist glaube ich sinnvoller erst ausbauen und dann den Rest na Lohnrouten brauchen wir eh jetzt hätten wir noch nen Spitzhaken machen können aber egal dann laufen wir mal schön nach unten und machen erstmal hier noch 2 Reihen weiter und die Mauer muss ja auch weg richtig die oder die 1,2 und dann kommt hier ne Wand genau also ich will das wenn schon auch schön haben ich will hoffen dass jetzt wenn die Spawn jetzt so weiterlaufen sich dann halt nicht verbrauchen wenn die wirklich sind ich versuche sie dann halt so schnell zu aktivieren dass es dann passend läuft la 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 kann man irgendwas aus Marble machen hier gucken wir mal eben Marble 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 brennen was kann man daraus machen so ein Marble Brick das könnte man vielleicht auch noch machen benutzen aber ich würde sagen ich mach hier einen kurzen Cut beziehungsweise beende die Folge und hoffe es hat euch wieder gefallen bis dahin euer Flashetapet und tschüss tschüss